ja mein pilzfreunde wir sind mal wieder hier in dem gleichen ballstück wo ich schon vor einer woche mit euch war ja ich bin mal ganz gespannt was ich jetzt hier die woche über getan hat was hier an arten neu erschienen ist was immer noch kommt etc ja also ich weiß auch schon mal die tage ein bisschen wo ich im hund spazieren war da gucke ich natürlich immer rechts links weil da so zu finden ist da waren hier schon die ersten schopfzindlinge wieder schön am kommen und eine riesige gruppe lärchenröhrlinge habe ich gesehen und ein paar buddha pilze ja das lässt mich schon mal hoffen dass ihr auch schön mal kommt vielleicht noch ein bisschen was mit röhrlingen ja ich würde sagen dann schauen wir mal ach ja letzte woche sonntag da war ich auch noch mit max vom garten kanal und mit daniel vom kanal pilzfieber unterwegs da hat mir mal zusammen ein bisschen gesucht in einem ganz neuen waldstück für ein video hat es leider nicht gereicht hat sich nur sehr wenig finden lassen ja was war da im wald zu finden ein ein paar toten trompeten damit hätte ich da überhaupt nicht gerechnet weil es ziemlich trocken war dann noch ein paar semmelstoppel und zum schluss gab es dann wenigstens noch ein paar schöne marönchen ja für ein kleines pilz fändchen hat es hier reicht aber ja war nicht so viel trotzdem war eine richtig tolle tour sich mal mit denen zwei noch ein bisschen auszutauschen ja ich würde jetzt mal sagen genug drum um der heiße brei rumgebabbelt schauen wir jetzt mal in den wald rein euch interessieren da denke ich jetzt mal die pilze die sich hier so finden lasse ja und der erste pilz des tages ist ja ein röhrling ja zwar kein genießbarer das ist jetzt hier der strubbelkopf röhrling ja der name ist wirklich hier programm dieser strubbelige kopf also diese ja geschuppte huststruktur inzwischen diesen schüppchen so ein bisschen heller werden ein grauer stiel ja und auch graue röhren und wenn man bricht dann wird er nach einer zeit so rosa rötlich färben und die rotfußröhrlinge sind jetzt auch noch am kommen aber wie schon öfters gesagt der pilz ist nicht mein fall da kann man noch mal schön die aufgerissene hutstruktur sehen der leicht rötliche fuß und hier diese gelb grünen röhren aber wie schon eben gesagt ist nicht mein fall ich mag den geschmack überhaupt nicht und deswegen bleiben die auch hier und die zwei die werden ohnehin zu alt schon ganz weich matschig wahrscheinlich auch schon madig ja auch der beziehungsweise eine der anis champignons ist hier wieder ist jetzt am kommen ja es muss denke ich der schief knollige sein der wächst hier öfters mal aber ja auf die bin ich heute nicht aus deswegen brauche ich ihn jetzt ohne draus zu machen der kann hier bleiben der ist ohnehin schon zu alt und ja also den geschmack von den anis champignons mag ich nicht ganz so gern dann mag ich die wiesen champignons viel lieber und die müssen jetzt bald auch mal richtig durch starten ja ich bin jetzt hier in einem etwas lichteren stück hier ist auch wirklich ja neben dem ganzen totholz auch sehr viel moos und hier hat sich jetzt endlich der erste speisepilz finden lassen ist auch ein röhrling und den schauen wir uns jetzt mal an wunderschön ein flockenstieliger hexenröhrling allerbester güte klasse könnte schön die roten röhren bzw die roten röhrenmündung sehen die röhren sind eigentlich eher gelblich wie man hier am randchen so leicht erkennen kann den rot beflockten stiel ja und dieser lederbraune hut der im jungen alter auch gerne mal so richtig samtig erscheinen kann in dem alter wirklich ein idealer speisepilz richtig schön knackig und übrigens das wichtigste bzw das bekannteste merkmal hier das pläuen beim verletzen ja der flockenstielige hexenröhrling ein wunderbarer speisepilz und der kommt natürlich in den korb hoffentlich lassen sich davon heute noch ein paar mehr finden ja nur ein paar meter neben der stelle wo ich den hexenröhrling gefunden habe der erste maronenröhrling für heute auch noch wunderbar fest und knackig so müssen sie sein der kommt natürlich auch mit ins körbchen ja kurz den merkmalen hier dieser kastanienbraune hut dieser etwas hellbräuniger so ja so haselbräunische stiel die weiß gelblichen bis im alter grün gelblichen röhren ja der maronenröhrling ein richtig toller speisepilz ja was ja noch vergesellschaftet mit den hexenröhrlingen und dem maronen wächst ist hier der ockertäubling den habe ich euch an der stelle auch letztes mal schon gezeigt ja der wäre im prinzip essbar gilt aber als minderwertig ja wird also nicht empfohlen zu essen ich selber habe ihn auch noch nicht probiert und der wird auch heute stehen bleiben ja für mich ist das auch so ein steinpilz anzeiger beziehungsweise ja auch für die hexenröhrling und so gut die wachsen gerne an den gleichen stellen ja und hexenröhrling maronen haben wir hier schon jetzt fehlt ja nur noch der steinpilz das wäre ja auch noch schön wenn er hier wachsen würde mal gucken ob sie heute da sind aber ich denke mal in ein paar wochen oder ein paar tagen sollen die burschen sich auch mal blicke lassen ja und natürlich lassen sich die samtigen pfifferlinge auch immer noch finden hier kommen noch jede menge kleine und hier auch ein paar größere ja also die kommen hier mit die ganz klein hier ja das werde ich heute mal stehen lassen stecken mal da werden sich noch einige andere finden lassen aber ja hier in so einer größe kann man die durchaus schon mitnehmen ja und der nächste maronenröhrling für heute ja schon ein bisschen angefressen aber das kann man ja wegschneiden sonst ist ja noch super fest toll also die gelben knollenblätterpilze kommen hier im jeden herbst auch dieses jahr wieder in massen hier kommen sie überall raus ja es ist immer schön anzusehen aber die sind ja leider giftig ja ich denke wenn die kommen dann müsste es jetzt auch bald wieder mit den röhrlingen losgehen die kommen dann meistens bei uns zeitgleich oder so ein bisschen versetzt ja zu so einer schönen gruppe semmelstoppel da sage ich natürlich auch nicht nein ja hier könnt ihr schön die stoppel nochmal unten drunter sehen ja diesen mehr oder weniger orangenhut na und auch die thrombisten wieder da das ist die erste gruppe die ich gefunden habe aber ich habe in der nähen noch ein paar weiterstellen wo noch so ein paar gröppchen stehen und die kommen natürlich auch noch mit ein wunderbarer speisepilz übrigens auch zum trocknen ja also die stehen jetzt hier wirklich überall am hang die kleinen thrombies ich hoffe in den nächsten tagen wird es nicht zu trocken dass die hier noch schön groß werden oben die sind ja leider zum teil vertrocknet aber hier die hier die sehen noch alle perfekt aus hoffentlich bleibt das wetter in den nächsten tagen noch ein bisschen was feuchter so dass hier alles schön groß werden können und dann gibt es einen ordentlichen korp oder einen kleinen eimerschen voll thrombies jetzt hier jetzt noch hier hier ich hier Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und noch ein schönes Marrönchen. Wunderbar. Und noch mal Trompetenpfifferlinge. Und hier zwischen bzw. unter dem Laub kommen sie auch noch überall. Einfach toll. Ja, vielleicht kommen sie jetzt nochmal. Es ist ja jetzt eine ziemlich feuchte Witterung. Jeden Morgen kommt der Nebel aus dem Tal hochgezogen. Vielleicht kommt da nochmal was. Ja, hier hat es auch noch jede Menge Schmetterlingstrameten. Das ist ja ein ziemlich guter Vitalfilz. Ja, die Schmetterlingstramete, da habe ich mir vor kurzem schon ein paar eingesammelt. Aber da die immer noch so schön aussehen, kommt da nochmal ordentlich was mit zum Trocknen. Damit ich mein Vorrat noch ein bisschen aufstocken kann. Ja. Ja, wirklich ein sehr schöner Pilz. Die Schmetterlingstramete. Ja, hier hat sich jetzt gerade noch ein Pilz finden lassen. Mit dem hätte ich hier an der Stelle gar nicht gerechnet, weil den habe ich hier an dieser Stelle noch nie gefunden. Da hätte ich ein bisschen weiter oben im Wald ein paar Stellen. Das ist hier der Schönfußröhrling. Ja, wie ihr seht, haben wir gelbe Röhren. Diesen rötischen Stiel, der hat ja auch ein Netz. An diesen hellbraunen bis silbrigbraunen Hut. Ja, und das ist der klassische Verwechslungspartner zum Hexenröhrling. Und die Flockenhexe haben wir ja gefunden. Und da können wir die jetzt mal vergleichen. Wie ihr seht, das sind zwei grundverschiedene Pilze. Wir haben hier zwar die ambalienroten Stiel, doch haben wir bei der Flockenhexe diese Beflockung. Na. Können Sie sie jetzt sehen. Und wie eben schon gezeigt, beim Schönfußröhrlen dieses Netz. Über diesen rötlichen Stiel. Ja, dann können wir uns noch die Röhren anschauen. Na, das ist ja mal scharf. Beim Schönfußröhrling haben wir diese gelblichen Röhren. Die übrigens bei Verletzungen auch leicht blauen. Da sieht man es. Und beim Hexenröhrling haben wir rote Röhrenmündungen. Auf gelben Röhren. Und die pläuen auch bei Verletzungen. Ja, was wir beide gemeinsam haben, ist wie gesagt, dieses blauen. Also wenn ich den jetzt hier anschneide, der läuft auch blau an. Aber, ähm, wie ich finde, nicht ganz so schnell wie der Hexenröhrling. Wir können den hier auch nochmal anschneiden. Ja, dann noch von oben betrachtet. Hier haben wir diesen lederbraunen Hut, der auch im jungen Alter mal ein bisschen samtig erscheinen kann. Und hier haben wir eher eine glatte Hutstruktur, also nichts samtiges. Auch nicht im jungen Zustand, der ist ja noch sehr jung. Und diese braunen Töne sind allgemein viel heller, also so, ja, ein bisschen beige gehend oder so silbrig bräunlich. Ja, der Schönfußröhrling ist giftig. Und der Hexenröhrling, ja, ein wunderbarer Speisepilz, der kommt mit. Und der Bursche darf jetzt hierbleiben. Ja, und jetzt schaut euch mal das an, was ich hier gefunden habe. In diesem Buchenwald steht da eine Weißtanne. Ja, und hier kommen tatsächlich auch die Trompis, also wunderschön. Ja, und hier waren auch noch so ein paar Semmelstoppel gewachsen, die sind aber schon zu alt. Aber hier die paar Trompis, die kommen natürlich mit. Mal schauen, ob das Ganze hier noch größer wird, also die Stelle, oder ob sich hier dann auch noch mehr finden lassen. Ja, hier steht auch noch ein Semmelstoppel. Ja, der sieht aber auch nicht mal so toll aus. Aber die Trompis, das ist schon mal schön. Das ist jetzt meine zweite Stelle hier in dem Wald. Ich hatte mal, ja, vor ein paar Jahren hatte ich hier noch drei Stellen. Zwei wurden da durch die Forstarbeit zerstört, weil die Fichten ja hier kaputt gegangen sind. Das wäre ja ohnehin nichts mehr. Die muss dann weg. Und ja, jetzt habe ich wieder eine zweite. Ja, schön. Ja, und wie immer, also, das wäre ja auch schon ein Wunder, wenn ich es jetzt nicht nochmal gefunden hätte. War eben nur die kleine Stelle und ja, hier kommen sie auch wieder. Die samtigen Pfifferlinge. Toll. So, Leute, das soll es jetzt fürs erste Mal gewesen sein. Hat sich richtig schön was finden lassen, dafür, dass ich eigentlich gar nicht Pilze suchen wollte. Ich habe den Korb nochmal mitgenommen, weil ich war eigentlich nach dem Futterbeutelchen vom Hund schauen, weil ich habe den gestern bei der Gassirunde verloren. Und ja, da dachte ich mir, nimmst du nochmal den Korb mit, falls du was findest. Ja gut, das Futterbeutelchen hat sich jetzt nicht mehr finden lassen dafür. Ja, ein paar richtig schöne Pilze ist ja kein Weltuntergang. Vielleicht hat noch jemand anders mitgenommen. Ja, gut, jetzt nochmal zu den Pilzen. Was haben wir hier? Schmetterlingstrameten. Semmelsdoppelpilze. Ein Hexenröhrling. Zweimal rohen. Eine schöne Menge Trombis. Die meisten dürfen da noch ein bisschen wachsen. Da ist noch ein bisschen Potenzial. Da brauch ich hier noch einen ganz so kleinen Apsel machen. Mal gucken, vielleicht möchte der Daniel auch nochmal mit. Da kann er sich auch noch ein paar holen. Weil da ist ja alles voll. Dann noch hier die samtigen Pfifferlinge. Ohne ein paar Lacktrichterlinge. Ja, in diesem Sinne. Das war es dann wieder mit der Tour. Vielleicht geht es heute Nachmittag nochmal in einen anderen Wald. Ja, in diesem Sinne. Tschüss und bis zum nächsten Mal.